Herzlich Willkommen, lieber Horror-Enthusiast und Freund des Unheimlichen. In dieser Archivaufzeichnung tauchen wir in die Tiefen eines Horrors ein, der sich geschickt zwischen Schatten bewegt und subtile Schrecken in unserer Vorstellung erweckt. Wir wünschen in den kommenden Minuten gruselige Unterhaltung mit dem objektiven Review und den persönlichen Bewertungen zum Indie-Horror-Titel Andromalus. 1. Atmosphäre und Immersion In den dunklen Schauplätzen von Andromalus schlummert eine Atmosphäre, die uns in ihre unheimliche Umarmung zieht. Die visuelle Gestaltung verwebt Schatten und Licht, um eine Welt des Unbekannten zu erschaffen, die gleichzeitig aber noch mehr Details entfalten könnte. Das Spiel legt geschickt auf subtile Weise Jumpscares aus, die unsere Herzen schneller schlagen lassen. Dabei wirkt die Atmosphäre von Andromalus wie ein geheimnisvolles Flüster, das uns in die Dunkelheit führt. 2. Story und Handlung Andromalus spinnt einen Faden aus Geheimnissen und Enthüllungen, der uns in seinen Bann zieht. Obwohl manche Puzzleteile der Geschichte noch im Dunkeln bleiben, ermuntert uns die narrative Struktur dazu, auf Entdeckungsweise zu gehen. Wie ein rätselhafter Brief, dessen Bedeutung sich nach und nach entfaltet, leitet uns die Story von Andromalus durch ein Labyrinth der Neugierde. 3. Gameplay und Interaktion Andromalus fordert uns heraus, die Schleier des Unbekannten zu lüften, indem es zur Erkundung einlädt. Die Interaktionen könnten jedoch vielfältiger sein, um unser Denken noch tiefer zu fordern. Leider besitzt das Spiel eigentlich keine wirklichen Rätsel, außer der genauen Inspizierung der Umgebung, was sich leider auf die Bewertung auswirkt. Ansonsten ist das Gameplay solide, die Steuerung geht einfach von der Hand und wird flüssig umgesetzt. 4. Gruselfaktor und Wirkung Andromalus entfacht seine Gruselkunst mit gezielten, fast unsichtbaren Jumpscares und einer durchgängig düsteren Atmosphäre, die sich wie ein Schauer hinter unserer Vorstellung duckt und unsere Ängste herausfordert. Diese subtile Wirkung verleiht dem Spiel eine anhaltende Gänsehaut und lässt uns im Dunkeln nach Antworten suchen. 5. Grafik, Audio und Inszenierung Die visuelle Gestaltung von Andromalus meint Schatten und Dunkelheit, die unsere Sinne trüben und faszinieren. Wie ein düsteres Gemälde, das einen Haufen Mysterium in jeder Ecke verbirgt. Die Geräuschkulisse trägt besonders zur düsteren Atmosphäre bei, könnte aber durch kleine Nuancen noch intensiver wirken. Die Gesamtinszenierung jedoch zieht den Spieler mitten ins Geschehen und lässt den Spieler trotz der Schrecken erst zum Ende wieder los. 6. Gesamteindruck und Fazit Andromalus webt ein Netz aus subtilem Schrecken, das uns neugierig in seinem Band zieht. Die Geschichte wirkt wie ein Rätsel, das nach und nach gelöst werden möchte, während wir tiefer in die Dunkelheit eintauchen. Die Schatten und Lichter, die Geräuschkulisse und die Präsentation vereinen sich zu einem unterhaltsamen, wenn auch nur verbesserungsfähigen, einstündigen Horror-Erlebnis. Untertitelung des ZDF, 2020